Das tut so ist wie ich ganz nur hier, Mann. Sorry, das musste sein. Ich bin jetzt verpackt, da sieht man die E-Mail-Aufruf, also bitte das nicht sehen. Oh, falscher Account. Ist das der Richtige? Ich wollte gerade sagen, das ist der Richtige, Mann. Ich will für Search-Power-Punkte. Ich will auf jeden Fall Power-Punkte für Search, Mann. Guck mal in Hot-Zone. Ah, mit wem? Ach, Block. Gut. Gut. Ich gehe vorfeierungen, jetzt muss ich erst mal ein paar Würfelkirchen holen. Ich soll mal ein neuer. Es gibt, glaube ich, auch nur drei Würfel im gesamten Gamer. Für Scheiße. Hier soll mal neue Werfer ins Game kommen. Dann kriegen wir nämlich endlich wieder Neues. So ein neuer Meilensteinwerfer wird auch mal was Geiles. Hä, was? Hier gibt es drei von denen. Die Kälte gehen hier mal ab für die Hütze, Mom. So ein neuer Meilensteinwerfer. So ein neuer Meilensteinwerfer. So ein neuer Meilensteinwerfer. So ein neuer Meilensteinwerfer. Da kommen hier halt noch Sachen dafür. Wow. Das ist nur noch ein paar Hunde. Das sind doch die Typen von grade. Das ist der gleiche Name. Nur einer fehlt und das ist der gute Bock. Und jetzt geht er auch noch in meine Uld rein. Das ist der größte Noob, den ich je gesehen habe, Mann. Vielleicht mal jetzt hier die Uld rein, wenn die Jackie drin ist, Mann. Oh Mann, jetzt kommt die Uld, Digga, die Uld, okay, oh nein, nein, was jetzt passiert? 7 Euro oder was? Es ist doch nicht wahr, Mann. Irgendwas gerade passiert, aber ich weiß nicht was. Ich habe keinen Plan, was hier gerade passiert. Wetten, Polster stürzt gerade einfach ab. Ich wette darauf, Mann. Polster stürzt gerade ab. Polster, das geht ja mal übel ab, die Runde. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Hä? Wurde ich gebannt? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Wenn es jetzt hier nach jedem Match passiert, dann ist das einfach nur... Keine Ahnung. Ist richtig. Mal gucken, findet sich da was raus. Na. Wir haben da verschossen, besser. Das mache ich nochmal und dann sehen wir ans Gesicht. Moment mal. Die kenn ich doch. Hm, das sind doch die anderen YouTuber, Mann. Das sind doch meine YouTuber-Kollegen. Alter, der Riko ist jetzt so auf einem Arsch. Denn jetzt kommt hier die Party, Mann. Jetzt ist hier die Party. Oh nein, Mann, der Riko ist einfach zu... Riko, ich sag euch, Riko ist einfach zu stark. Jetzt geh ich mal auf die anderen beiden. Mal gucken, ob die Gold hier wirklich was bringt. Die Gold bringt ja übel. Nein, Digga. Ich glaub, Worcester schmiert gerade übel ab. Worcester stürzt einfach mal ab. Wer denn jetzt stürzt jede Runde bei Miss Game Up? Ich will jetzt nicht wissen, ob jede Runde bei Miss Game Up kackt. Aber wenn das jetzt jede Runde passiert. Oh mein Gott, ist das einfach nur bekloppt worden. Wenn das jetzt nach dieser Runde wieder passiert, drehe ich durch. Was ist wirklich vor? Worcester soll man kacken? Was ist das im Moment am abkacken? Da, jetzt kommt wieder dieser Rico, Mann. Jetzt kommt wieder der Rico. Spasti. Der mit seiner Waffe, Mann. Rico hat bestimmt jedes Schwein auf der Erde. Ich vergesse immer, dass der Rico einfach viel zu stark ist. Es wissen halt voll wenige, dass Rico oft zu verbraucht ist. Rico sollte eigentlich gar nicht reinkommen, aber er ist reingekommen. Ich verstehe nicht, warum Rico eigentlich reingekommen ist. Der hat eine böse Vergangenheit. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Der hat eine voll krass böse Vergangenheit. Okay, aber ich weiß jetzt nicht. Ich zeig' euch mal, warum ich vermute. Wer hat mir dann am Anfang geschickt? Keine Ahnung, Mann. Warum ich denke, dass Rico einen Arsch böse Vergangenheit ist. Das passiert doch jetzt nicht jede Runde, oder? Warte, ja, boah, das ist halt voll scheiße. Warte gleich. Deswegen denk' ich, dass Rico böse ist, Mann. Krass, oder? Das Video leide ich nicht so hoch. 10 Minuten, ich kann das halt passen, ne? Wahrscheinlich, aber ich würde noch ein Video mal sehen. Dann sehen wir uns gleich. Ähm, vielleicht wieder, weil ich noch ein Video mache. Bis dann. Ich mach doch heute noch ein Video mehr. Bis dann. Und tschö. Tschö, tschö, tschö. Tschö, 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 tschö. Dann sehen wir uns wieder.